Die Zucht für Star Stable Online ist geplant und es gab dazu jetzt auch schon einen Post auf Facebook. Und damit aufgesattelt und aufgesessen, herzlich willkommen zu einem neuen Stallgeflüster. Ja, und zwar habe ich vor anderthalb Wochen, war das glaube ich, einen Post gesehen auf Facebook in der Gruppe Star Stable Online Star Riders, wo ich unbedingt mal mit euch drüber reden wollte. Ich wollte mir jetzt aber auch ein bisschen Zeit nehmen, um mir nochmal genau durchzulesen, was da geschrieben wurde, um da eben auch entsprechend drauf einzugehen und mir dann noch ein paar Gedanken zuzumachen. Ja, und zwar hat in dieser besagten Gruppe eine Lotta Kira Sörensen etwas zu der Zucht geschrieben. Ich muss ehrlich sagen, ich war auch erst so ein bisschen erstaunt, dass das da in so einer Fangruppe geschrieben wurde und da schon öffentlich so viele Details drüber gepostet werden. Deswegen wollte ich mich auch erstmal noch ein bisschen rückversichern, ist es fake oder stimmt es tatsächlich? Weil kann ja auch bei sowas immer sein, es gibt ja auch so viele Fan-Edits, wo richtig coole Fellfarben in die Pferdemodelle reingebastelt werden. Hätte ja auch sein können, es ist jemand, der sich wichtig machen möchte und da einfach nur was zu schreibt. Aber scheint seine Richtigkeit zu haben. Und zwar ist diese Lotta der Lead, also der Leiter oder der leitende Character-and-Creature-Artist. Und somit denke ich mal auch höchstwahrscheinlich mit für das Charakter-Update zuständig zum Beispiel. Aber dann halt eben auch für die Zucht. Und die hat ja gesagt bekommen, hey, macht ihr mal Gedanken, wie wir die Zucht in Star Stable einbauen können. Und dazu hat sie jetzt ein bisschen was gepostet und auch schon ein paar Beispielbilder anhand des Tennessee Walking Horses gepostet. Die gucken wir uns dann gleich mal noch in einer Bildschirmaufnahme an. An dieser Stelle noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an meine VIPs. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Und zwar wird für die Zucht ein spezieller Shader wohl gebraucht. Ich vermute mal, dass sie tatsächlich für die Pferde, die dann bei der Zucht rauskommen, keine Fellfarbe an sich erstellen. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Für mich klingt das Ganze so, dass der Shader dafür da ist, von sich aus zu erkennen, Okay, das sind die beiden Farben der Eltern, der Stute und des Hengstes. Und das heißt, das nehmen wir dann auch rein oder das vermischen wir miteinander, sage ich jetzt mal, um das Fohlen zu generieren. Also es klingt für mich nicht so, als ob es vorgefertigte Texturen sind, die dann irgendwo in den Daten drin sind und die dann halt rauskommen können, sondern dass der Shader dann so ein bisschen die künstliche Intelligenz übernimmt und es dann zusammen mischt. Aber sie sagt auch, sie haben sich Gedanken gemacht, wie das Ganze nicht zum Glücksspiel wird. Ihr kennt es aus Spielen wie Rival Stars, aus Spielen wie Equestrian, wo wir eben züchten können, wo wir eben im Vorfeld wissen, okay, die und die und die Gene haben die Eltern. Oder zum Beispiel Horse Reality. Horse Reality, richtig gutes Beispiel. Horse Reality ist, würde ich sagen, das Spiel mit der realistischsten Zucht- und Farbvererbung. Also das würde ich ganz klar so sagen. Und da ist es ja mehr oder weniger so ein bisschen Zufall. Klar, natürlich, wenn ich zwei Rappen miteinander verpaare und da ist sonst nichts anderes drin, was soll dabei schon rumkommen. Aber man weiß zuerst immer, okay, welches Gen ist dominant, welches Gen ist rezessiv. Also welches Gen, dominante Gene sind die, die das Pferd nicht nur trägt, sondern die auch offensichtlich sind, die also auch so stark vertreten sind, dass das Pferd eben die Farbe auch hat. Und dann gibt es auch rezessive Gene, die das Pferd zwar in sich trägt, die aber einfach nicht, ja, nicht sichtbar sind. Und da ist es halt immer so, dass es so ein kleines bisschen auch Glücksspiel ist, in Anführungsstrichen. Man kann zwar grob, wenn man jetzt zwei unterschiedliche Farben miteinander verpaart, kann man zwar grob anhand der Gene schon so ein bisschen gucken, in welche Richtung wird das Fohlen denn wahrscheinlich gehen. Aber man hat natürlich, man weiß es nicht zu 100 Prozent, wie das Fohlen dann aussehen wird. Und da hat Starstable gesagt, wir wollen das nicht so machen, dass man für ein Pferd bezahlt, wovon man nicht weiß, wie es aussieht. Und das ist auf jeden Fall schon mal positiv zu bewerten. Macht auch deutlich klar, die Zucht wird was kosten. Das war mir aber auch von vornherein klar. Viele haben gesagt, hey, denkst du, die Zucht wird was kosten? Natürlich wird die Zucht was kosten. Wir werden nie im Leben, hätten wir kostenlos Pferde züchten können. Mir ist aber gerade auch noch was eingefallen. Das erwähne ich aber gleich bei einem Punkt, den ich später mal noch erwähne. Es wird also so sein, wie gesagt, dass man nicht für zufällige Farben zahlen muss, sondern halt wirklich für die Farbe sich entscheiden kann, die man dann eben haben möchte. Lotte hat außerdem gesagt, dass es eben die Möglichkeit gibt, mehr Fellfarben zu integrieren. Sie sagt aber auch, sie sind momentan auf sieben Fellfarben pro Rasse limitiert. Und das habe ich nicht so ganz verstanden, weil das stimmt schlichtweg einfach nicht. Sie sind ja nicht auf sieben Farben limitiert. Und das zeigen sie auch beim Araber der neuesten Generation. Denen es zum Beispiel in zehn verschiedenen Farben gibt. Also sie sind, ich weiß nicht, warum sie sagt, wir sind auf sieben Farben pro Rasse limitiert, weil das stimmt ja schlichtweg nicht. Vielleicht ist es auch einfach anders gemeint gewesen. Ich weiß nicht, wie es gemeint sein könnte. Falls ihr da irgendwie eine Vermutung habt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich zeige euch gleich mal kurz den Textausschnitt, wo sie das geschrieben hat. Und das Zuchtsystem soll wohl lehrreich sein, was Genetik dann denke ich mal angeht. Da bin ich dann natürlich auch wieder gespannt, wie sie das einbinden wollen, in Star Stable wirklich realistische Zucht zu haben. Weil dann wäre der Shader schon, der wäre dann definitiv oder müsste recht komplex sein, wenn das alles automatisch generiert wird. Und das spricht halt wieder für den Shader, weil wenn sie halt wirklich realistisch sein soll, dann wäre es auch ziemlich schwierig, die Farben alle irgendwie vorzuzeichnen, weil dann wirst du ja halt im Endeffekt gar nicht fertig. Also der Shader wird, so vermute ich es, dafür zuständig sein, Farbschattierung, Fellschattierung und sowas zufällig zusammenzuwürfeln beziehungsweise passend zu den beiden Eltern. Dann ist mir, oder dann wollte ich mal noch darüber reden, was ich vermute. Und zwar würde ich vermuten, dass die Farbe des Pferdes vor der Zucht sichtbar ist. Dass man halt die beiden Pferde miteinander verpaaren kann, sagen kann, hier, das soll der Papa sein, das soll die Mama sein. Und dass man dann vielleicht so in einem Fenster schon sieht, okay, so wird das Fohlen mit den beiden aussehen. Das könnte ich mir vorstellen. Und dass dann halt gesagt wird, möchtest du das Fohlen so haben? Wenn ja, dann drücke hier auf kaufen. Wenn nein, dann, was weiß ich, auf den Würfel klicken und nochmal neu ausrollen. Dass man halt sicher weiß, dass man auch das Pferd bekommt, dass man das Pferd kauft, für das Pferd bezahlt, was man eben auch haben möchte. Und sich dann nicht hinterher ärgert, oh shit, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Jetzt habe ich XYZ Star Coins ausgegeben und das Pferd gefällt mir gar nicht. Das wäre natürlich super, super ärgerlich. Und klar, das muss Star Stable auch umgehen in einem Spiel, wo die Pferde mit einer Währung bezahlt werden, die man nur sehr limitiert bekommt, beziehungsweise auch generell nur bekommt, weil man irgendwie auf irgendeine Art und Weise echtes Geld zahlt. Entweder durch kaufen oder dadurch, dass man Lifetime gekauft hat oder das Abo kauft. Man kommt ja nicht an Star Coins bis auf wenige, wenige Gutschein-Codes, ohne irgendwie zu bezahlen. Da würden sie natürlich auch einen Mega-Shitstorm lostreten, wenn sie dann in einem Spiel, was sich hauptsächlich an Kinder richtet, dann quasi ein Echtgeld-Glücksspiel draus machen würden. Damit würden sie nicht durchkommen. Also von daher war das auch zwingend und dringend nötig und notwendig, dass sie das halt so machen, wie sie es jetzt umsetzen möchten. Was die Preise angeht, bin ich so ein bisschen in Zwiespalt, weil ich habe zwei... Ich bin gespannt, wie sie das machen. Also ich würde mir noch wünschen, dass es keine Farben gibt, die es bei der Rasse nicht geben kann. Das wäre halt schön. Es sei denn... Und jetzt kommt eine Einschränkung. Es sei denn, sie bringen Cross-Breathing rein, dass man die Pferde, die Rassen untereinander auch kreuzen kann. Dann wären natürlich auch Farbzuchten möglich, wie zum Beispiel Araber mit irgendeinem Scheckenkreuz. Dann könnten wir uns die Araber Pindus wieder selber züchten. Dann wäre aber die Frage, wie wird der Preis generiert? Wenn man jetzt innerhalb einer Rasse züchtet, ist es ja eigentlich ziemlich easy, kann man sich ja eigentlich denken, dass man dann halt genau den Preis für das Fohlen zahlt, den die Rasse auch, den das Pferd halt auch beim Kauf kostet. Das ist ja eigentlich ziemlich... Das ist ja so klar wie Kloßbrühe. Wie würde man das allerdings dann machen, wenn es wirklich Cross-Breathing gäbe? Wenn die Pferde den gleichen Preis haben, die Rassen? Klar, natürlich. Dann nimmt man natürlich den vollen Preis. Also den Standardpreis. Dann ist aber die Frage, wie macht man das, wenn man jetzt zwei unterschiedliche Rassen miteinander kreuzt? Nehmen wir jetzt einfach mal zum Beispiel, was weiß ich, das Tennessee Walking Horse, was recht teuer ist. Wie war das nochmal? 900? Noch irgendwas Star-Coins? Mit dem Jorvik'schen Pony. Ja, es ist jetzt eine sehr abenteuerliche Kreuzung, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so ziemlich mit der größtmögliche Star-Coins-Unterschied. Dann einfach zu sagen, ja, ist ja jetzt ein Jorvik'sches Pony. Zum Beispiel vom Modell. Es könnte einmal so laufen, dass man dann halt sieht, okay, ist ein Tennessee Walker geworden. Also Tennessee Walking Preis. Oder es würde das Jorvik'sche Pony werden. Und man sagt, okay, Preis vom Jorvik'schen Pony. Oder aber man sagt, okay, wir mischen einfach beides miteinander und machen einen mittleren Preis draus. Das glaube ich aber nicht. Ich denke, wenn es die Möglichkeit des Crossbreedings gäbe, denke ich auch, wenn es einen Vorschau-Bildschirm gibt, wo man sich dann eben überlegen kann, will ich die Farbe wirklich haben, dass man dann auch sehen würde, was für ein Modell dabei rauskommt. Und dass dann eben der entsprechende Preis zugrunde gelegt wird. Wäre vielleicht möglich und wäre vielleicht denkbar. Was mich jetzt aber interessieren würde, würdet ihr euch Crossbreeds wünschen? Ich fände es ganz spannend eigentlich sogar für Farbzuchten. Das würde auf jeden Fall mehr Pepp reinbringen. Wie auch immer das dann genau mit dem Modell gelöst werden würde. Wie gesagt, meine Ausführung eben wäre eine Möglichkeit. Wenn ihr da auch noch irgendwelche Ideen habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dass da halt wirklich die Pferde äußerlich vom Körperbau her eine Mischung aus beiden Rassen werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre einfach viel zu komplex für Star Stable. Dafür ist das Spiel nicht ausgelegt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas reinkäme. Wäre natürlich cool, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und was dann natürlich noch interessant wäre, würdet ihr es euch dann wünschen, dass wir vielleicht die Pferde als Fohlen bekommen. Ist dann vielleicht auch so eine Art Housing, dann vielleicht mit der Zeit dann schon gibt. Zu dem Zeitpunkt. Und wir das Fohlen vielleicht auf der Weide stehen haben. Und vielleicht die Stute so lange nicht reiten können oder sowas. Und die zusammen auf der Weide stehen. Und wir das Fohlen groß ziehen müssen, wie bei Star Stable Horses. Und dass es dann vielleicht schon, ja, auch mit Level 10 direkt groß wird. Wie würdet ihr euch das wünschen? Direkt das große Pferd, wie bei ersten Fohlen. Ich persönlich wäre definitiv erst fürs Fohlen. Weil das wird halt einfach der Zucht nochmal so ein bisschen mehr Realismus verpassen. Ja, und einfach auch so für ein bisschen mehr Tiefgang sorgen. Also das fände ich schon cool, wenn da halt einfach dann, ja, so eine Mischung gefunden werden würde. Das fände ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. So, und dann würde ich sagen, werden wir uns jetzt mal noch das anschauen, was es dazu bislang, ja, optisch zu sehen gibt. Eben gesagt, anhand des Tennessee Walking Horses in der Star Stable Gruppe. Schauen wir mal. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Hier ist also das Posting vom 8. Januar war es von der Lotta Kira Sörensen. Das meiste davon habe ich euch schon erzählt. Wo hatte sie das geschrieben? Genau. Another concern I've seen is that we, that this would be an act of greed on our behalf. Also sie hat auch geschrieben, was so für, für Vorwürfe kommen. Und dass einige geschrieben haben, hey, das ist einfach nur die Gier, die Star Stable Treib des Züchten einbauen zu wollen. Und dann hat sie geschrieben, I just want to assure you, I'm not driven by greed, but passion for horse breeding. Also ich will euch vermitteln, dass ich nicht durch den Greed angetrieben werde, durch die Gier, sondern durch meine Passion, durch meine Begeisterung für die Pferdezucht. Right now we are limited to seven coats for each breed, and I would like to change that. Und da hat sie eben geschrieben, im Moment sind wir auf sieben Fellfarben für jedes Pferd limitiert und ich würde es gerne wechseln. Ich würde es gerne ändern. Und das stimmt halt, wie gesagt, nicht. Der Araber hat alleine zehn. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie anders meint. Eigentlich muss sie es anders meinen, weil die Aussage wird ja jetzt so eigentlich nicht wirklich Sinn machen. Und dann gucken wir uns jetzt mal gerade die Pferde an. Wie gesagt, Tennessee Walking Horse ist es. Wir haben hier das schwarze Pferd. Das E steht für das schwarze. Dann haben wir Chestnut. Ist eigentlich, meine ich, kein kleines E. Also schon, aber Chestnut ist eigentlich, soweit ich weiß, ein A. A für Agouti ist eigentlich der, der, ist eigentlich der Fuchs. Oder braun. Das hier ist jetzt ein Fuchs. Chestnut ist aber eigentlich der braune. Also die Grafik hier, das verwirrt mich auch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und dann haben wir hier eben den braunen Bay. Und das ist E, A. Da habt ihr halt das A. Das stimmt. Das hier, wie gesagt, verwirrt mich, soweit ich weiß, ist Chestnut der Fuchs ist eigentlich A. Aber ich kann mich auch täuschen. Ich kann mich auch täuschen. Nicht zu ungut. Ich habe schon lange kein Horse Reality mehr gespielt. Als ich das noch gespielt habe, war ich da mehr drin in dem Game. Dann haben wir hier zum Beispiel Smoky Black mit E, der mit Cream aufgehellt wird. Hier haben wir einen Palomino, der mit Cream aufgehellt wird. Der hat auch so leichte Deppels drin. Und hier haben wir zum Beispiel ein Bugskin. Das ist halt eben ein brauner mit Cream. Dadurch die Aufhellung im Fell. So. Die Farben haben wir hier. Und dann haben wir hier nochmal unterschiedliche Variationen von Füchsen. Wo es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer fällt, die alle auseinanderzuhalten. Hier haben wir eben den Fuchs, der hier auch schon zu sehen ist. Der so ein bisschen rötlicher ist. Hier haben wir einen Liver Chestnut. Frag mich bitte nicht. Frag mich bitte nicht, wie das im Deutschen heißt. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich gibt es für Liver Chestnut nicht mal eine Übersetzung. Hier unten haben wir noch einen Fuchs. Das sind so die beiden typischen Füchse, würde ich sagen, von der Farbe her. Hier haben wir noch einen windfarbenen mit einer Laterne. Und hier haben wir einen Lichtfuchs mit dieser breiten Blässe. So. Das sind jetzt die Möglichkeiten, die wir hier schon sehen. Und wie sich halt die Gene auswirken. Also ich finde, ich finde am besten sieht man das hier im Vergleich vom braunen zum Bugskin. dass der halt eben mit Cream aufgehellt ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das dann mal alles online verhalten wird. Bin ich wirklich super gespannt drauf. Super neugierig. Mal gucken, was wir da dann zu erfahren. Und ja, ich würde sagen, das war es jetzt für heute. Für das heutige Stallgeflüster. Haut kräftig in die Tasten oder touch das Display. schreibt mir eure Meinung, eure Ideen und euer Feedback. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss. Tina bis там. Bis dann, Babacht